ich bin schon starten das kann nicht wahr sein, wie keiner redet ja wir hätten uns angekündigt, die sollen nicht schüchtern, halt die Fresse ich kann sowas wirklich nicht, also das ist echt sowas, was ich auch damals bei einer Schulaufführung HALT DIE Fresse, man, Junge nicht mich ran, er hat jeder Scheiß, Leberwurst, Knödelfresse du, ach stopp Rammwald Richtung Nein, richtige Richtung Ok, richtige Richtung Du bist richtige Richtung Leute, hier fährt keiner zum Streit und Ramm, sie sagt, richtige Richtung Ja, du bist auch so ein Lemming, echt wahr Ja, ich bin kein Lemming Das soll Kaff auf zwei, mehr gar nicht hier rum und Kaff auf 1,6 und Georgia 7 Ne, alles ist Lemming Ach unser Sturmpanser, da fährt gerade vor, ne, das ist... Er macht bis hier TD-Arti Er macht bis hier TD-Arti, das weiß nicht Ja, das gehört so Weißt du, wie er das hier würde, auf die, ob meine, wow, what the fuck, alter, starker Säge, Oh, ich bin gleich tot Ob meine Abonnenten einen Lieblingsgast haben, ich hab von vielen gehört, lol, ich hab von, ich hab von vielen gehört, wann Loss mal wieder Biotil spielt Hat er jetzt gar letztens Geht ich ein, geht ich ein Gehst du schnell Ramm ist sehr unbeliebt, bei den Leuten hab ich auch schon mitbekommen, weil das... Müsste jetzt... Ich bin halt auch ein Arschloch, ich, äh... Ich esse Fleisch Oh oh Oh. Lol, birchgum Troller, lol, oder was? Ich esse nur das Vegetarisch, in der Tat Komm da dran, Mensch da, oh doch mal, auf die, killst du LOL ab die Städte nicht bekommen ich wollte ihn ich wollte nach Komponente ja ein erblich nicht die Menschheit in die Macht als er so dass man sich auch hier und erachtet die Schicksal und der Zerr Suche nach Spaß auf sie hat die Heike an doch haben und was er ist und schon große Angezündung ich habe sie kelt wir haben auf Karka vor ein zweiter Wettbewerb schon recht halt dein Maul mit halt einfach nur ich bin wegen euch gestorben so sieht's aus ja so ein 100 es geht ja ja den Minzen gesetzt die Kugel ja 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 ich war so ein typischer ich war so ein typischer PENETRATION wenn ich halt ja J.K. Rowland J.K. Rowland PENETRATION ich versteh keiner und tot ne äckeltyn äckeltyn ich hab mitbringen heute das erste Mal ich hab auf Rams Account gespielt und wir haben entscheidender Beitrag gemacht das erste Mal als ich die Medaille bekommen hab gar nicht ich hatte den dicken Max 6 Kölz ach na 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 frech das erfüllen Mist Leute was was das ist mal frech das ist echt frech ne das war ne ne oh KV1 es ist grad ein Spiel gekommen äh Kotsch KV1 ne ist vorbei ne ne Henry du bist raus ach warum denn ist ruhig dass sie sind raus aber egal ich kann mal sagen wir lassen die mit ihr Runde alleine ne KV1 hat der HE knifft da drauf was ist der Gegner ja ich hab also ich spiel mir hier ne Scheiße zusammen ne auch im letzten Display das ist echt ja aber dafür ist es lustig dafür ist es lustig ja dann würde ich mal sagen das ist alles komisch ist komisch ne da gibt es endlich mal Deffing mit Qualität ne die Qualität ist immer noch scheiße aber ich würde sagen wir sehen das nächste Wunder wieder bis gleich warum und Röntgen 2 ohja im D14 und so langsam klackt man auch ohja so langsam ist es echt äh D15 also das jetzt schon wenn man das schon hat Ende von allem T16 ne 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 ist ja nicht so dass ich hier klein wonit bin du hast noch recht viel life von 5er medium äh ich meine du hast doch erst viel life von 5er medium ich bin jetzt gerade nachäffen oder hat musst du noch ein bisschen mehr saufen und ein bisschen mehr rauchen dann kriegen wir den Sinn die Bong nicht vergessen ne Bong hab ich damals nicht geraucht das ist mir zu warte du hast mehr davon wenn du wirklich ein Job drauf ach so und soll werden ich mag gerade sagen man man hier vor das ist gerade ein verletzt wenn ein Drogen sind schlecht Kinder außer ausprobieren darf man ja irgendwann mal der Ereignisse oder heißt es ohne dass man es mal anfasst ich komme nicht durch die BDA GLSB durch und sagt die Hummel schon auch von den Gegnern BDA GLSB kommt es eigentlich gut durch er hat merke ich wirkungstreffer der GFG geht bald ab toll wie ich werde und dann aus der Runden bald neue die in beiden Ehe die Affen ich bin mit schon ein paar Mal gestürt von euch gut immer irgendwie geschoben wenn es mit ihm heißt ja an das heißt ausgibt es gibt auch folgliche Spieler nicht so welche Spaten wie euch ich will solch ein Gerücht die Galle der Wäsche ist auch nicht schlecht vom T25 und zumindest nicht perfekt was ist ganz gut von deutschen deutschen so allgemein so eher so die Euro ja die Szener definitiv auch so wie kommt man nicht kauf und es ist nicht abgefreut der Kapp und es ist so wie abgefreut das ist schon falsch wo hat er hingeschossen guck dir ran Kronbinde oh ja ok dass er da abprallt ist auch gerechtfertigt den rushen wir jetzt ganz ehrlich natürlich als 5er rushen Al muss erst mal weg ich würde mich mal kurz weil wegen wusten und so viel Spaß ich weiß dass mein Mikro immer komische Geräusche macht aber das immer bei jedem Mikro so dass es sich so muten lässt leide fuck alter als sie mit dem Schwerpunkt ist der Luxe und er hat sich selber kaputt gerabt er hat das gesehen er hat es gesehen da ist kein Problem mehr da ich habe dann geschossen die Leute ich bin abgeprallt mit dem letzten Schuss an dem ich bin ein Klamm ist abgeprallt du musst die Kiel nein habe ich nicht Kiel die Kiel die die wieder verliert gegen den Nähe ist nicht überhaupt kommt es an die Frauen der ist der total überforderte Situation ich wollte Kiel Gott als die 1.14 Uhr jetzt muss er getrackt sein glaube ich das machte noch mehr Zolle kaputt beschrieben aber ob die erst oder wird er dieser Karte ist durchgekommen er muss mich du auch schon erinnert sich für die jetzt das war ein was um ich an der Basis noch sind Hauptsache du wirst mir voll durchs Bild des Wind ja es du musst auch gehabt aber für ihn mal nach ihm drücken bettet vor allem jetzt das ist das war die erste oder zwei und dann wird sicher geschieht die recht jetzt auch also das jetzt macht aber immer hier drückt man das ist nur ein oder so in der sogenannten 50 macht gar nichts die sollen trotzdem noch pushen die idioten hat immerhin und vielleicht nicht der Eiffel von diesem Plan der heißt B der Kletzli von selbst die sind 7er die haben noch nicht auf dem 5er ich habe sogar das steht eh ein 100 natürlich Krummels ist Schussfeld die muss weg ja weg ist ja ich kann seitlich ab ich sehe seine 1000 den sehe ich schönen atel 2 wird immer besser mit dem durchkommen durchgekommen seitlich da vorne ist er kommen will also bist du ja das kann nicht wahr sein aber wirklich gut ist und meine er beschwert sich dass der ramfigen kühls macht ja wo bist du da sind zwei leute offen ab und skeptisch wir fallen das noch haben auf jeden Fall aber das ist der BDR vom Anfang davon steht und von uns ist ein von dieser den ich am Anfang nicht reingedrückt habe ich abgeprallt und beschwert hat mit dem Töne schreckt aber genau das Prozent bis zum Nupen ich muss heute noch nicht in den Diensten neu starten die vierten Euro ziemlich gerne und dafür dass wir es für bei den Sieben Euro aber wir schreiben wir haben ja schon ich Team Demand gemacht es sehr ärgerlich jetzt holl Hauptsache die filmler sind ganz oben in den sieben Euro so mir aus außer ram mean ich denn ja aber nicht du bist noch genug email armoner das scheiße echt du bist vielleicht schon recht ja und gut sleeve ja wir sind zum nächsten advai- wieder bis dann schei Warte nicht tschüss